Herzlich willkommen liebe Freunde zu einer neuen Ausgabe der Top-List hier auf playnation.de und natürlich auf YouTube. Heute haben wir uns die besten GDA5-Mods rausgesucht. Genau, unter anderem kann man die Titanic, das größte Schiff seiner Zeit, steuern. Auf jeden Fall eine coole Mod und natürlich noch viel mehr. Ja, dann leinen los, ab auf Schiff und wir machen jetzt eine richtig schöne Kreuzfahrt durch die Top 5. Platz 5 Wer wollte nicht auch schon immer Captain seines eigenen Sternzerstörers sein? Mit der gleichnamigen GTA5-Mod ist dies nun möglich. Obgleich die Mod auf der eines Atomic Luftschiffs basiert und die Steuerung ein wenig schwerfällig ausfällt, haben wir es hier tatsächlich mit einem echten Sternzerstörer zu tun. Die fulminante Größe und das detaillierte Äußere sprechen auf jeden Fall für sich. So möge die Macht mit euch sein. Dann kommen wir zur nächsten Mod, die Titanic steuern und versenken. Das Passagierschiff Titanic war bei ihrer Indienststellung am 2. April 1912 eines der größten Schiffe der Welt. Das tragische Schicksal des Schiffes haben viele Menschen im gleichnamigen Film miterlebt. Und mit der entsprechenden GTA-Mod dürfen wir selber Hand an das Steuer der Titanic legen. Auch wenn die Physik nicht sonderlich gut funktioniert, könnte dieses Unterfangen zu einem magischen Moment werden. Knight Rider Knight Rider dürfte den meisten ein Begriff sein. Der Name des Autos aus der US-amerikanischen Fernsehserie Knight Rider lautet Kidd. Dieser Wagen führt wahrlich ein gesundes Eigenleben und ist mit etwaigen Extras wie Waffen ausgestattet. In der entsprechenden GTA-5-Mod nehmen wir Platz und springen hinter das Lenkrad des ikonischen Wagens. In Kidds Rolle geschlüpft, dürfen wir etwaige Extras und Features selber ausprobieren und die Bürger der Stadt ein wenig damit ärgern. Kommen wir zu Platz 2 – Tornado-Alarm in Los Santos In GTA 5 gibt es schon von Haus aus ausgereifte Wetterverhältnisse und einen wundervollen Tag-und-Nacht-Wechsel. Durch die Tornado-Mod wird das perfekte Wetter durch einen verheerenden Tornado ergänzt. Per Knopfdruck lassen wir einen Tornado-Spawn, der in seiner Größe und seiner Intensität angepasst werden kann. Dieser Tornado nimmt alles mit, was nicht nid- und nagelfest ist, inklusive uns. Viel Spaß beim Ritt durch die Lüfte! Auf Platz 1 haben wir LSPD First Response. Bei LSPD-FR handelt es sich um eine Polizeimodifikation, die für den PC innerhalb von GTA 5 entwickelt wurde. Die Mod verwandelt den Titel in einer Open-World-Simulation, wo ihr euer eigener Chef sein könnt und auf Streife geht. Hier kann der Spieler in die Rolle eines Polizisten schlüpfen und seine ganz eigene Geschichte erleben. Denn an irgendeiner Ecke in Los Santos passiert garantiert immer etwas. Und jetzt wünschen wir euch viel Spaß beim Ausprobieren der Mods. Ei Ei Ketten, da sind wir wieder aus den Top-Lists. Und in der nächsten Woche gibt es eine neue Ausgabe der Top-List. Die wird auch wieder spannend und da kann man dann auch gerne mal reinschalten. Ja, schreibt doch in die Kommentare, was eure Lieblingsmod war oder ob ihr noch eine Persönlichkeit habt, die euch gefällt. Wir sehen uns nächste Woche. Bis dahin und reingehauen. Bis zum nächsten Mal.